Hey Freunde, der neue Oder-Show-Gruh-Merch ist endlich da. T-Shirts oder Pullover, alles ist am Start. Guckt unbedingt auf www.larsoderso.de vorbei. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Hallo, dasselbe Leute und willkommen zurück. Wir spielen Murder Mafia. Wir sind zuletzt stehen geblieben hier mit dem Chihuahua. Ich weiß nicht mehr genau, was der Chihuahua gemacht hat. Aber, Freunde der Nacht, wir werden weitermachen. Okay, wir haben es ja schon mal hinbekommen, sogar... ...ein bisschen weiter zu kommen, Leute. Mal gucken, wie weit wir heute kommen werden. Ja, wir sind jetzt erstmal schon mal direkt der Mafia-Boss. Okay. Wie weit werden wir kommen? Hey, den habe ich noch gar nicht gesehen. Lol. Okay, ist der korrekt? Wir lassen uns mal antippen. Wir gucken uns erstmal ein bisschen alles an. Okay, er hat uns... Okay, er hat uns anscheinend nichts getan. Aber was wird passieren? Wir müssen auch immer ein Auge darauf halten, weil manchmal kommt hier oben etwas, was dann runterfällt. Ich glaube, der macht auch nichts. Okay, er tippt uns an. Er gibt uns etwas... Oh, nein! Das war falsch! Oh Gott. Okay, jetzt ist er der Mafiosi-Boss. Mist! Ah! Okay. Wir sind... Alles cool. Wir sind immer noch am Start. Wir werden uns das Ding hier holen. Zack, weg mit dir. Ab dafür! Okay, Freunde. Wir werden weitermachen. Was ist hier am besten, was man machen kann? Lassen wir uns antippen von ihr. Wir gucken uns das an, Leute. Ich habe ja in der letzten Folge versprochen, dass wir uns hier drum kümmern werden. Ich will auf jeden Fall irgendwie mal ans Ende kommen und so. Und ich muss jetzt herausfinden, wie, wer, wo, was macht. Okay? Das ist extrem wichtig. Den habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Was tut er? Er tippt uns an. Okay, er schüttelt uns die Hand. Okay. Da passiert jetzt erstmal nichts. Wir müssen ein bisschen gucken. Ja. Was denn hier so sein wird. Okay. Der wird uns auf jeden Fall killen. Er hat ein Samurai-Schwert. Und ich glaube, er ist uns nicht... Mist! Er ist uns nicht wohlgesonnen, aber wir haben auf jeden Fall einen Erfolg bekommen dafür. Egal. Ich werde den jetzt auch einfach, bam, attackieren. Das geht schnell, Leute. Es geht schnell. Okay. Wir müssen aufpassen. Vor dem Typen mit dem... Okay. Er hat auch eine Waffe. Zack. Okay. Er hat eine Waffe. Ich denke mal, er will uns nichts Gutes tun und so. Bei den anderen war ich mir nicht so ganz sicher, aber der geht jetzt erstmal in den Knasht. Ab in den Knasht mit dir. Geist. Nicht umdrehen. M-m. Stopp! Oh Gott. Das Ding da fällt ja auch runter, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Okay. Sie küsst uns. Vielleicht ist das sogar später wichtig. Vielleicht heiraten wir sie oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was passiert. Wir werden auf jeden Fall das ganze Game hier zocken. Und übrigens, es gibt schon ein Part davon, Leute. Checkt den unbedingt aus. Und natürlich die ganzen anderen Kill the King-Sachen, die wir jetzt hier schon gemacht haben. Sehr, sehr wichtig. Dass wir hier auf jeden Fall... Oh, okay. Das ist immer schwierig. Das sind immer diese drei Polizisten. Das ist... Oh, cool. Wir haben Erfolg bekommen. Wir müssen 20 Leute ins Gefängnis bringen. Sehr, sehr nice. Und unsere Zeit läuft auch langsam... Läuft auch langsam weg hier. Beziehungsweise läuft langsam ab, dass wir an unser Ziel kommen. Das ist nämlich das Tor da oben. Und wenn wir das hinbekommen, das wäre auf jeden Fall schon mal super krass, Leute. So, du kommst auch erst mal weg. Mist. Okay. Los, hau ab, Mann. Du Fischkopf. Zack. Weg mit dem. Und wir sind sogar schon eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt ein bisschen mehr herausgefunden. Direkt schon zum Anfang. Und wir werden es sehen. Bei dem Geist darf man sich nicht umdrehen, weil man dann... Weil man dann nämlich von dem Geist heimgesucht wird. Und das ist nicht so gut. Ich glaube, die ist nicht nett. Ich glaube, sie ist nicht nett. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir lassen uns nicht antippen. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ja. Wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Ich würde richtig gerne heute ans Ziel kommen, was das Ganze angeht. Deswegen. Okay. Geist ist mir egal. Wir reagieren nicht darauf. Das ist der Geist von dem Mafiosi-Boss, den wir ganz am Anfang natürlich mit dem Messer gekitzelt haben. Der scheint nett zu sein. Oder er macht irgendwie auch was Böses. I don't know. Okay. Er hat uns einfach nur die Hand geküsst. Ob das so gut ist? I don't know, Leute. Ich würde gerne wissen, was passiert. Wie weit kommen wir? Haut ab, Mann, mit eurer getrötet Dingens da. Mit eurer Trompete und sowas. Weg, weg, weg. So. Er scheint auch okay zu sein. Wir lassen es einfach mal zu. Zack. Einmal die Hand schütteln. Bisschen Geschäfte machen, Leute. Wichtiges Ding. Genauso wie ihr auf las-oder-so.de vorbeischauen solltet. Denn dort gibt es cool neuen Merch. Und ansonsten Like und ein Abo dalassen. Okay. Da ist wieder der Typ mit dem Samurai-Schwert. Er sticht sehr, sehr schnell zu. Hau ab! Ich bin fast am Ziel. Hau ab! Oh Gott. Let's go. Boom. Nice. Ein paar Leute sind schon im Gefängnis. Der kann da unten meinetwegen bleiben, ey. Der ist richtig, richtig fieser Map. Der da auch. Du bleibst weg. Du kannst jetzt auf jeden Fall nicht dein Gift mir hier geben. Du gehst jetzt auch einfach hinter schwedische Gardinen, mein lieber. Mein böser Lieber. Was? Okay. Es läuft so weit, so weit und so gut, so gut, Leute. Da ist sie. Okay. Wir lassen uns vielleicht nochmal küssen von ihr. Ich weiß es nicht. Okay. Sieht gut aus eigentlich. Wir sind gleich am Ende angekommen. Bitte. Bitte passiert nichts. Da ist das Tor. Da ist die Tür. Da ist das Tor. Let's go. Haben wir alles richtig gemacht? Come on. Nein. Wieso wurden wir gekillt? Wer war das? Also wenn er da ist und sie, dann werden wir gekillt. Das war ein Attentat, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Dann halten wir uns jetzt, würde ich sagen, einfach fern. Wir halten uns fern von dem Typ mit dem Goldzahn. Ich hätte auch gerne einen Goldzahn. Das würde bestimmt cool aussehen. Alter, da ist ja schon direkt der Geist. Lol. Wie schnell geht das? Hau ab, Geist. Ich hab keinen Bock. Zack. So. Da wird drauf geachtet. Ich glaube, wir gucken mal bei ihr. Vielleicht funktioniert das bei ihr ein bisschen besser. Okay. Hat nicht geklappt, wie ihr sehen könnt. Es hat nicht funktioniert. Aber wir sind wenigstens schon einmal bis zum Ende gekommen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal was wert, Freunde der Nacht. Mal gucken. Krass, die rennen einfach über mich. Seid ihr doof? Die tödliche Parade. Haha, ja. Okay, wir haben nochmal ein neues Ding hier freigeschaltet. Das ist das Album, Freunde. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Wir gucken mal weiter. So, erstmal wieder Mafiosi-Boss werden. Das geht. Warum haben die eigentlich alle so spitze Zähne? Die sehen voll aggressiv aus irgendwie. So, wer kommt jetzt als erstes? Diese Trompetentypen haut ab. Die machen mich einfach nur platt. Aber wir sind schon echt ein cooler Typ, ne? Das muss man schon mal sagen. Das ist die Hexe. Und weg mit dir, Hexe. Hau ab, Hexe. Hau ab. Da ist der Kopf runtergefallen. Das habe ich eben gemeint mit. Wir müssen echt aufpassen. Zack. Einmal mit dir weg. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall dem Mädel, die eine, die uns küsst und dann werden wir so Dings, dem werden wir auch nicht vertrauen. Dem werden wir auch auf gar keinen Fall vertrauen, so. Wenn der eine Waffe in der Hand hat. Ich meine, wie sehen wir aus, ja? Wir wollen ja nicht gekillt werden. Wir wollen ja weiterkommen, Leute. Wir wollen ja auf jeden Fall reich werden mit Bitcoin und Millionen an Dollarn und Euros und Pesos und alles, was dazu gehört. Der Geist, der interessiert mich nicht. Weil dann werden wir irgendwie direkt alt, wenn wir den Geist angucken. Sprich, wir müssen jetzt aufpassen. Der Typ hier mit seinem Schwert wird erstmal weggeworfen. Diese Typen, diese Security, die haben so riesen Köpfe, gell? Die haben einfach so richtig große Eierköpfe. So, okay. Die Polizei will uns verhaften. Wir haben uns auch tatsächlich noch nicht verhaften lassen. Aber ich glaube, die wollen wirklich, ähm, die sind uns auf den Fersen und die wollen uns hier, die wollen uns hier wirklich auch einsperren. Aber so kriminell sind wir ja überhaupt nicht. Mann, endlich, ey. Zack, nächster jetzt. Komm, der Große hier mit dem Schnorres. So, okay. Einmal Nummer zwei. Und zu guter Letzt, der dritte Polizist. Hey, ich bin Mafia-Boss. Und ich bin cool. Come on. Geh, jetzt. Zack. Der Kronleuchter, da müssen wir echt aufpassen. Gucken. Augen auf beim Kronleuchterkauf. Zack. Schön stehen bleiben. Der Typ hier. Keine Ahnung. Ich glaube, wir schicken ihn weg. Ich mach nicht mit. Ich will bis zum Ende kommen. In der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Nein. Ah, ah. Mein lieber, mein lieber Herr Gesangsverein. Du siehst ein bisschen aggressiv aus. Deswegen, nee. Nee. Weil, als der eben mit dabei war, wurden wir einfach erschossen. So, das kann halt auch nicht sein. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, Mann. Der Typ vergiftet uns auch nur. Dann sind wir direkt gleich wieder tot wie Brot. Weg mit dir. Okay, hier sind auch irgendwie so Samurai-Schwerter im Hintergrund und so. Oh, what a frog, Mann. Wirklich, das ist crazy. Also, alle wollen uns irgendwie nur was Böses. Aber zwischen diesen... Ah! Sollen wir sie küssen? Nee. Ich werde jetzt niemanden... Niemanden werde ich in mein Leben lassen, okay? Ich will Mafia-Boss werden, okay? Wir haben es sogar fast geschafft. Weg mit dir. Du gehst auch ins Gefängnis. So, wer kommt jetzt? Jetzt kommt sie, die... Oh, wir sind älter geworden. Sehr gut. Hau ab. Wir sind wirklich älter geworden. Jetzt haben wir noch einen größeren Schnurrbart, ein bisschen graue Haare. Wir sind älter geworden. Das ist, glaube ich, sogar echt gut. Oh nein, wir sind noch älter geworden. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir davor, kurz davor, bevor wir reingehen, wieder einen Herzinfarkt oder sowas. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass wir einen Herzinfarkt bekommen. Die Polizei. Okay, ich glaube, wenn die Polizisten weg sind, können wir es schaffen. Dann hier zu winnen. Oder wir bekommen einen Herzinfarkt. Leute, ich werde davon auf jeden Fall, wenn noch mal ein Part machen. Falls ihr irgendwelche Tipps oder sonstiges habt, schreibt das mal unten in die Kommentare. Ich werde mir das Ganze durchlesen. Und natürlich Likes da lassen. Ganz viele Likes für den Algorithmus. Schreibt ganz viele Kommentare, Leute. Das ist wichtig, okay? Zack. Du gehst jetzt auch weg. Und wir sind damit jetzt am Ziel angekommen. Was wird passieren? Wir haben alle ins Gefängnis geschickt. Ich kann mir vorstellen, wenn da ein Mädel gesessen ist, wir werden einen Herzinfarkt kriegen. Safe. Ja. Mann. Ey, Mann. Ich glaube, wir brauchen auch das Mädel an unserer Seite. Oder halt irgendwie ein anderes. I don't know. Mann. Leute, lasst ein Like da. Wir werden das Ganze nochmal spielen. Schreibt mir ein paar Tipps in die Kommentare. Wir sehen uns. Haut rein. Peace. Peace.